Alles ok bei dir? Keine Schmerzen? Ja. Mach da gar mal so hin und her, dann drücken wir auch diese kleinen Verletzungen. So, das ist los. Ok, jetzt sind wir jetzt in die Richtung. Und jetzt mache ich es dann in die andere Richtung. Was passiert jetzt? Machst du ein bisschen keine Sorge? Das ist super. Prost. Lieber ist hart gesorgt. Oh, meine Knochen. Das sind keine Knochen, dass sie hart so wieder geübt stehen. Durch diese minimalen Verletzungen strafft sich das gewesen. Na dann, ja. Du, minimal verletzt. Na dann. So. Und dann noch mal zurück. So. Die Knochen ist immer voll. Da kommt sicher. Stefan. Ok. Ich habe den schon versucht, etwas zu finden. Perfekt. So. Den haben wir gar nicht. Den brauchen wir noch. Den haben wir gar nicht. Den haben wir gar nicht. Nein. Alles gut bei dir? Aber bald. Aber bald. Aber bald, ne? Ja, wir haben den bald gebraucht. Was man jetzt gemacht hat, ist einmal hier, um die Falte auszugleichen. Und dann auch nochmal zurück. Und damit das hoch geht. Dann werde das von unten aufteilen. Da komme ich nämlich besser hin. So. Wir wollen ja genau erfahren, was hier passiert. Also, um jetzt diese... Ja. Die Merkel-Falte. Die Merkel-Falte. Marionette, oder? Um die besser jetzt bearbeiten zu können, mache ich das von unten. Da kann ich direkt mit der langen Kanüle von oben das Fächerförmig so aufteilen. Ich meine, ich komme so auch hin. Aber das... Gut, da weidet es bis zum Mundwinkel. Den haben wir da ein bisschen schon unterspritzt. Aber von unten ist es besser, um das hier nochmal so Fächerförmig aufzuteilen. Den Rest, was ich hier habe. Gut. Ich komme gerade mit dem Zahnboden. Wenn du mal von vorne guckst. Schau mal. Ich komme gerade mit dem Zahnboden. Sie ist schon. Sie ist schon. Kannst du das? Das war so. Fühst du nicht? Das ist ganz fahrrad. Ist okay, ne? Mhm. 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 So eine Kamel. So eine qué. So eine Kante. Vielen Dank. Komme ich direkt bis zum Mundwinkel hoch, kann den auch noch unterspritzen, dann hebt sich auch der Mundwinkel. Jetzt gehe ich auch da rüber. Die Linie ist auch immer so ein Alterszeichen. Da versuche ich auch nochmal hinzukommen, damit die auch unterspritzt wird. Und der Vorteil in der langen Kanule, man hat wirklich immer nur einen Einstichspunkt und kann damit sehr viele Punkte anziehen und unterspritzen. Und hat dann immer nur einen Punkt, wo ein blauer Fleck bleiben kann für die nächste Woche. Da kannst du jetzt ein bisschen zippen, aber man merkt, die Creme wirkt gut oder du bist so hart im Leben. Man sieht natürlich einen Sofort-Effekt, aber in den nächsten zwei bis drei Wochen wird das noch besser. Das Hyaluron zieht noch Wasser, das Gewebe verbindet sich, die Regeneration wird angeregt, die Kollagenfaser, Straffung. Und die eine Seite ist fertig.